Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Fehlfunktion des Stromkreises des Drehmomentwandlers Bremsschalters B, was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode, der für alle Fahrzeuge ab 1996, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW und so weiter, gilt, obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren, Wenn Sie feststellen, dass in Ihrem OBDI-Fahrzeug ein Code P0703 gespeichert wurde, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM eine Fehlfunktion in einem bestimmten Bremsschalterkreis des Drehmomentwandlers festgestellt hat, Dieser Code gilt nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe Automatikgetriebe in Serienfahrzeugen werden seit den 1980er Jahren elektronisch gesteuert Die meisten mit OBDI-2 ausgestatteten Fahrzeuge werden von einer Getriebesteuerung verwaltet, die in das PCM integriert ist Andere Fahrzeuge verwenden ein eigenständiges Getriebesteuerungsmodul, das über das Controller Area Network CAN mit dem PCM und anderen Steuerungen kommuniziert Der Drehmomentwandler ist eine Art Flüssigkeitskupplung, die den Motor mit dem Getriebe verbindet Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, ermöglicht der Drehmomentwandler die Übertragung des Drehmoments auf die Getriebeeingangswelle Wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt, im Leerlauf, absorbiert der Drehmomentwandler das Drehmoment des Motors mit Hilfe eines komplexen Systems von Nasskupplungen Dadurch kann der Motor im Leerlauf laufen, ohne zu blockieren Der in Fahrzeugen mit OBDI-Ausstattung verwendete Überbrückungsdrehmomentwandler ermöglicht es dem Motor, unter bestimmten Bedingungen in der Getriebeeingangswelle zu verriegeln Dies tritt normalerweise auf, wenn das Getriebe in den höchsten Gang geschaltet hat, das Fahrzeug eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat und die gewünschte Motordrehzahl erreicht wurde Im Überbrückungsmodus wird die Drehmomentwandlerkupplung TCC allmählich eingeschränkt, bis das Getriebe so funktioniert, als ob es im Übersetzungsverhältnis 1 zu 1 direkt mit dem Motor verschraubt wäre Diese allmählichen Kupplungsbeschränkungen werden als Prozentsatz der Überbrückung des Drehmomentwandlers bezeichnet Dieses System fördert die Kraftstoffeffizienz und die optimale Motorleistung Die Überbrückung des Drehmomentwandlers wird mit Hilfe eines elektronischen Magneten erreicht, der eine federbelastete Stange oder einen Kugelhahn steuert Wenn das PCM erkennt, dass die Bedingungen korrekt sind, wird der Überbrückungsmagnet aktiviert und das Ventil ermöglicht, dass Flüssigkeit den Drehmomentwandler allmählich umgeht und direkt auf den Ventilkörper aufgebracht wird Die Blockierung des Drehmomentwandlers muss gelöst werden, bevor die Motordrehzahl auf ein bestimmtes Niveau abfällt und bevor das Fahrzeug im Leerlauf zum Stillstand kommt Wenn nicht, wird der Motor zweifellos abgewürgt Eines der spezifischen Signale, nach denen das PCM beim Lösen der Überbrückung des Drehmomentwandlers sucht, ist das Betätigen des Bremspedals Wenn das Bremspedal betätigt wird, werden die Kontakte im Bremsschalter durch den Bremshebelarm geschlossen, wodurch ein oder mehrere Schaltkreise abgeschlossen werden Wenn diese Schaltungen abgeschlossen sind, leuchten die Bremsleuchten Ein zweites Signal wird an das PCM gesendet Dieses Signal informiert das PCM darüber, dass das Bremspedal gedrückt wurde und der Magnetventil für die Überbrückung des Drehmomentwandlers ausgeschaltet werden muss Der Code P0703 bezieht sich auf einen dieser Bremsschalterkreise Spezifische Informationen zu diesem bestimmten Stromkreis in Bezug auf Ihr Fahrzeug finden Sie in Ihrem Fahrzeugwartungshandbuch oder in All Data, Symptome und Amp, Schwere Grad Dieser Code sollte als dringend behandelt werden, da schwere interne Übertragungsschäden auftreten können, wenn die TCC-Überbrückung über einen längeren Zeitraum nicht funktioniert Die meisten Modelle sind so konzipiert, dass das PCM die TCC-Sperrung deaktiviert und das Getriebesteuerungssystem in den Notlaufmodus versetzt Wenn ein Code dieses Typs gespeichert ist, zu den Symptomen eines P0703-Codes können gehören Motor blockiert, wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt Die TCC-Sperrung ist möglicherweise deaktiviert Verminderte Kraftstoffeffizienz Verminderte Motorleistung Insbesondere bei Autobahngeschwindigkeiten Unregelmäßige Schaltmuster des Getriebes Keine Bremslichtbeleuchtung Ursachen Mögliche Ursachen für das Setzen dieses Codes sind Bremsschalter defekt Falsch eingestellter Bremsschalter Kurzschluss oder Unterbrechung der Verkabelung und oder Steckverbinder im mit B bezeichneten Bremsschalterkreis Durchgebrannte Sicherung oder durchgebranntes Schmelzglied Fehlerhafter PCM oder PCM Programmierfehler Diagnose und Reparaturverfahren Ein guter Ausgangspunkt ist immer die Suche nach technischen Service-Buildtanks TSB für Ihr bestimmtes Fahrzeug Ihr Problem ist möglicherweise ein bekanntes Problem mit einem vom Hersteller herausgegebenen bekannten Fix und kann Ihnen bei der Diagnose Zeit und Geld sparen Erhalten Sie Zugriff auf einen Scanner, ein digitales Volt-Ohm-Meter und ein Service-Handbuch oder alle Daten für Ihr Fahrzeug Diese Tools werden zur Diagnose eines Codes P0703 benötigt Beginnen Sie mit einer Sichtprüfung der Verkabelung der Bremsleuchte und einer allgemeinen Überprüfung der Verkabelung der Motorhaube Testen Sie die Sicherungen des Bremslichtsystems und ersetzen Sie die durchgebrannten Sicherungen nach Bedarf Schließen Sie den Scanner an den Diagnosestecker an Rufen Sie alle gespeicherten Codes ab und halten Sie die Framedaten fest Notieren Sie sich diese Informationen, da Sie ihnen bei der weiteren Diagnose dienen können Löschen Sie die Codes und testen Sie das Fahrzeug, um festzustellen, ob es sofort zurückgesetzt wird Wenn dies der Fall ist, überprüfen Sie den Eingangskreis des Bremsschalters mit dem DVOM auf Batteriespannung Einige Fahrzeuge sind mit mehreren Bremsschaltern ausgestattet, da beim Betätigen des Bremspedals die Bremsleuchten aktiviert und die Überbrückung des Drehmomentwandlers deaktiviert werden müssen Informationen zur Konfiguration Ihres Bremsschalters finden Sie in Ihrem Fahrzeugwartungshandbuch Wenn am Eingangskreis Batteriespannung anliegt, das Bremspedal betätigen und den Ausgangskreis auf Batteriespannung prüfen Wenn am Ausgangskreis keine Spannung anliegt, vermuten Sie einen defekten oder falsch eingestellten Bremsschalter Zusätzliche diagnostische Hinweise, überprüfen Sie die Systemsicherungen bei gedrücktem Bremspedal Sicherungen, die beim ersten Test möglicherweise betriebsbereit erscheinen, können ausfallen Wenn der Stromkreis unter Last steht Oft kann ein falsch eingestellter Bremsschalter als defekt diagnostiziert werden Um den TCC-Betrieb schnell zu testen, bringen Sie das Fahrzeug auf Autobahngeschwindigkeit Bei normaler Betriebstemperatur, treten Sie leicht auf das Bremspedal und halten Sie es gedrückt, während Sie die Geschwindigkeit beibehalten Wenn sich die Drehzahl erhöht, wenn die Bremse gedrückt wird, ist die TCC betriebsbereit und der Bremsschalter deaktiviert Sie ordnungsgemäß Ein schwerwiegender Übertragungsschaden kann auftreten, wenn das TCC-System nicht funktionsfähig bleibt